Du verlierst im Moment Angebote gegen günstigere Mitbewerber, dann solltest du auf jeden Fall bei diesem Video dranbleiben und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist vielmehr Nico Becker, ich habe mir den Saracamo an meine Seite geholt und wir möchten heute mal über ein Thema sprechen, was ich im Moment eigentlich fast jeden Tag mindestens einmal höre. Und zwar, ich schreibe Angebote, aber mein Wettbewerb, wie auch immer, ist günstiger und ich verliere gegen die meine Angebote. So, und klar, sowas kann vorkommen, sowas wird auch immer vorkommen, aber im Moment, also wir haben jetzt September 2024, ist das wirklich ein Thema, was ich wirklich öfter höre als noch irgendwie vor zwei oder drei Jahren oder sowas. Und die Frage ist natürlich, was führt dazu, wie kann ich das verändern, weil ich lasse da natürlich Umsatz auf der Strecke. Ich meine, klar, man kann sich das ein bisschen herleiten. Die wirtschaftliche Situation ist im Moment ein bisschen schwieriger, Geld sitzt jetzt nicht mehr so locker wie noch Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres. Und deswegen greifen natürlich Leute schnell mal zu dem günstigeren Angebot. Aber ich sage dann auch unseren Partnern immer, du pass auf, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Autos schauen, Mercedes, BMW, Audi, die Klassiker, da gibt es ja auch günstigere Autos, die verkaufen trotzdem noch weiter in ihre Autos. Kannst du im Grunde genommen jeder anderen Branche auszusehen. Und die Frage ist, okay, und die ich dann auch immer unseren Kunden stelle, ist es denn gerechtfertigt, dass die günstiger sind oder nicht? Und da habe ich wirklich schon spannende Antworten bekommen, weil manchmal haben Partner mir dann quasi das ganze Produkt nochmal verkauft. Die haben dann gesagt, ja, das Ganze ist so und so und so und so und so. Und dann habe ich die Frage gestellt, okay, hast du es deinem Kunden auch schon mal so erklärt? Weil ich habe es jetzt verstanden, ohne dass ich Interesse an einer Küche, im Terrassenlach oder einer PV-Anlage habe. Aber hast du es deinen Kunden auch schon mal so erklärt? Und da kommt manchmal ein Ja, manchmal ein Nein. Worauf ich noch hinaus möchte ist, wenn du das schon weißt, und ich glaube, das wissen gerade die allermeisten Fachhändler, dass das wirklich ein Thema ist, wenn es zum Verkaufen kommt. Und dass der Preis einfach eine größere Rolle spielt als noch, wie gesagt, vor ein, zwei Jahren. Dann macht dir auf jeden Fall die Mühe, beziehungsweise der Berater in einem Unternehmen sollte sich die Mühe machen, den Mehrwert vorher, bevor du den Preis nennst, einfach aufzublasen. Beziehungsweise nicht aufzublasen, aber einfach breit zu fächern. Warum ist das Produkt denn so teuer? Warum ist es 5.000 Euro teurer als beim Wettbewerb, wenn es jetzt nicht nur Marge ist, was es hoffentlich nicht sein sollte? Aber warum ist es denn teurer? Also die Frage zu beantworten kann, glaube ich, jeder. Das den Kunden aber mitteilen, bevor du den Preis nennst, das machen, glaube ich, immer noch die wenigsten, weil es hat sich am Vertriebsprozess bei den meisten nicht so viel geändert. Da wird dann einfach der Preis genannt und dann wird geguckt, was passiert. Und bei sowas würde ich halt wirklich empfehlen, das Produkt aufzublasen, damit der Kunde auch das Gefühl hat, okay, ich bekomme hier mehr. Und ganz wichtig, du musst für so, ja, ich nenne das immer Aha-Momente sorgen. Also der Kunde muss, bevor er von dir einen Preis hört, irgendwie so einen Klick haben. Ah, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ah, okay, deswegen ist deren Speicher besser als der Speicher bei denen. Deswegen sind die Küchenfronten da besser. Deswegen hat das Dach diese Traglast und bricht mir nicht im Winter zusammen oder wie auch immer. Also dieser Groschen quasi, der muss einmal fallen, bevor du halt wirklich den Preis nennst. Und dann ist es auch gar nicht so schwer, so einen Preis letzten Endes zu nennen. Und dann hast du auch die besseren Karten, um, ja, gegen vielleicht Konkurrenz anzugehen. Eine zweite Sache, die ich auch relativ häufig von unseren Partnern gehört habe, die haben dann immer so ein bisschen gegen die Konkurrenz, ja, geschossen, sich so ein bisschen dagegen gewehrt. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also das würde ich jetzt nicht irgendwie Namen oder sowas nennen oder da groß Hetze reden. Aber du kannst schon sagen, und so haben Partner mir das von uns auch schon erklärt, da sind jetzt zum Beispiel neue Marktteilnehmer, die haben noch keinen großen Kostenapparat. Die wollen jetzt alles nur nicht Konkurs gehen, weil die halt noch neu am Markt sind. Und deswegen bieten die quasi zum Selbstkostenpreis an. Und da kann man ja ganz ehrlich sagen, so lieber Partner, ich weiß, Angebot XYZ ist günstiger, aber ich wäre da ehrlicherweise vorsichtig. Weil es bringt auch nichts, irgendwo ein Produkt zu kaufen, wo ich vielleicht in einem Jahr gar nicht mehr anrufen kann, weil ich irgendwelche Schäden habe, weil es das Unternehmen halt in der Form nicht mehr gibt. Also da kann man auch drauf hinweisen. Beides, wie gesagt, sorgt dafür, dass du den Preis entsprechend rechtfertigen kannst. Aber man muss dazu sagen, das sind alles jetzt Techniken, will ich es mal nennen, die du anwenden solltest, wenn du den Lied schon hast. Die Frage ist natürlich auch, wo kommt der Lied her? Und da hat der Kollege noch ein paar Tipps für den. Ja, Marketing natürlich wie immer ist breit gefächert, aber du hast ein geiles Beispiel genannt, das Autobeispiel. Also Mercedes, Opel sind beides Autos, beide haben vier Reifen, aber trotzdem ist der Mercedes teurer. Und wir können auch so weiterspinnen. Also letztendlich bei einem iPhone haben wir auch dasselbe letztendlich wie ein Samsung, aber das iPhone nimmt halt mehr dafür. Und du hast einen ganz, ganz spannenden Vertriebstipp gegeben, den man im Marketing genauso anwenden kann. Also Topic aktuell war die letzte Keynote Apple. Ich weiß nicht, ob du sie geschaut hast, aber ganz, ganz spannend. Apple präsentiert nicht ganz am Anfang die Preise. Also worauf ich hinaus will, was der Nico auch erzählt hat, es wäre ja falsch, wenn ich einfach nur das Paket gebe, zeige und den Preis und so im Marketing arbeite, weil dann habe ich zuerst den Preis im Kopf. Und denkt danach erst, wenn überhaupt darüber nach, was habe ich dafür, ja. Und Apple ist da ein Paradebeispiel, weil sie bauen das Ganze im Marketing so stark auf, dass sie da so eine Veranstaltung haben. Und dann präsentieren die alles, was geiler ist und besser und besser und neuer und besser. Und was sich geändert hat und ich glaube, ich irre mich vielleicht, der Preis wird nicht mal in dieser Vorstellung genannt, sondern er wird danach erst verkündet. Und das ist letztendlich im Marketing so ähnlich. Man muss erstmal damit, also wenn du weißt, du bist teurer als die Konkurrenz, dann musst du mir auch beweisen als Konsument, warum bist du denn teurer, ja. Und meistens sind das ja Gründe, die berechtigt sind, ja. Es ist ja klar, dass ein Unternehmen, das 150 Mitarbeiter hat, nicht dasselbe verlangen kann, wie ein Unternehmen, das nur drei Mitarbeiter hat, zum Beispiel, so. Oder auch einfach, wenn du leistungsstärkere Module hast, um beim Beispiel PV zu bleiben, wenn du einfach effizientere Module hast und einfach die neueste Technik verwendest, dann kannst du nicht günstiger als der Wettbewerb sein, die vielleicht günstigere Module und so weiter haben, so. Und dieses Wissen und vor allem deine, vielleicht deine Gründe, warum du teurer bist, kannst du genauso ins Marketing übertragen. Entweder du verschachtelst alles so, dass du halt geile Pakete hast und auch im, vielleicht im Text aufzeigen kannst, warum du halt, warum die Leute bereit sind, bei dir mehr zu zahlen. Oder sogar du nutzt dein Unternehmen als Referenz im Videomarketing zum Beispiel, dass du halt beweisen kannst, dass du besser als die Konkurrenz bist. Das ist letztendlich ein bisschen Marketing und Vertrieb, wenn du mischst, du musst halt deine Werkzeuge, die du hast und die Gründe, warum du wirklich teurer bist, einfach nur aufzeigen. Und es ist halt so, das Beispiel Apple passt halt ganz gut, weil jeder weiß, dass Apple teurer ist als die anderen. Aber ich weiß, womit ich mich einlasse, wenn ich ein Apple-Produkt kaufe. Und dieses Vertrauen, das musst du halt beweisen sozusagen oder aufzeigen. Und dann muss man halt auch aufpassen, dass man sich im Marketing nicht überschätzt. Das heißt, wenn du Versprechen gibst, dann musst du sie auch halten. Ganz einfach, Qualitätsversprechen oder Leistungsgarantien und, und, und. Und wenn du das alles vom ersten Punkt der Kontaktaufnahme bis in den Vertrieb rüber aufzeigen kannst, beweisen kannst und dass der Konsument oder der Interessent es nachvollziehen kann, dann hast du am Ende kein Problem wegen dem Preis. Und dann hast du sogar einen Wettbewerbsvorteil, weil dann weißt du, der, der es günstiger anbietet, der hat einfach nicht die Qualität wie du. Und meistens entscheiden wir uns für die Qualität. So machen zumindest die Mercedes-Fahrer. Ja, also ich glaube, was fast noch wichtiger ist, dass du so ein Gefühl für Preis leistest. Ja, aus dem Endes. Du kannst halt oder im besten Fall erzeugst du so ein Gefühl von, oh, okay, das könnte dir aber etwas kostspieliger werden. Und dann hast du auf einmal einen Preis, der ist zwar über deinen Konkurrenten, aber immer noch unter dem, was dein Kunde sich bei dir gedacht hat. Und das Gefühl, was du im Marketing suggeriert hast und dann im Vertrieb auch weitergeführt hast. Und dann hast du eigentlich keine Probleme mehr, auch Aufträge durchzubringen, bei denen du noch was verdienst. Das sollte ja im besten Fall so sein, würde ich sagen. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ist ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, nimm die Tipps auf jeden Fall mit. Wie gesagt, du wirst gerade zur jetzigen wirtschaftlichen Situation immer wieder mit diesem Problem konfrontiert werden. Und es bringt, wie gesagt, nicht so viel auf deine Marge zu verzichten, weil das ist ja der Sauerstoff für ein Unternehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Video wieder. Bis dahin. Ja, dann Joa, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, weil dann verpasst du keine Videos mehr. Und wenn du bei dir auch das Problem hast, dass Kunden dich ghosten, entweder für Termine oder Angebote, dann schau dir das Video hier unten an. Da klären wir das Ganze nochmal auf und geben dir ein paar Tipps an die Hand. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020